es läuft gestürzt es ist ja hier sind eben nicht von mir so wenn er so soll ich so richtig heute umgekehrt wird oder dann kommen die mir so vor wie randy ich bin ein randy ich habe jetzt mein erstes gewonnen ich fühle mich jetzt toll wenn sie zu fragen so wie auch nicht die selten mit ihr machen das kann ich verstehen bei ingame ist es ein bisschen ohne witz ich mal das ist für das frei alles aber kein ding für den king mini guck an wie ich am durchpushen bin aber kann ich nicht durch oder danke spiel fünf youtuber sind einfach noch in der lokalen auch kommen alle anderen und irgendwo ja die sind hier bei uns ein das haben wir vorbei sie wollen ja bei jonas da einstellbar so ein fein nach oben zeigen warum komme ich da nicht nach oben ich denke einfach schon vorher wieder warum weil das ist ja der kur in diesen spielmodus du hast zu wenig schwung ganz einfach die kriege ich viel schwung auch ich klatsche immer gegen die wand gegen auch jetzt sind hier alle hier vorne das ist etwas besonderes wie kriege ich viel schwung ja durch diese teile und durch die richtige kurve als ob ich jedes mal gegen diese karte gegen klatsche ist doch scheiße weil zum karte die lome auch können die nicht werden los wie jemand spielen alter was ist wirklich das als ob munich jetzt bedro spielen will die wollen pizzeleiter spielen die sind nicht nur sonst hier vielleicht wollen die auch mal auf vielleicht müssen wir morgen mal auf einem server try haben wo gute spieler bedrohen kann ja sein ich bin mal dritter ganz im herz ich bin mal dritter ja ich hasse dieses spiel ich weiß ja nicht mehr ob ich so mein flügel aktivieren kann richtig ich gehst ja nicht wo ich lang fliegen muss ohne witz ja ich kann wie kann man seine flügel richtig aktivieren ey ganz ehrlich ich check das nicht mit dieser kurve ey wie kann man seine flügel aktivieren doppelmaus oder mit doppelt der tasse jetzt gehen wir wieder alle kommen da hoch und ich sink einfach vorher warum hä warum sind meine flügel jetzt aktiviert ich hab die nicht gemacht ey wie kann man seine flügel aktivieren mit der tasse ist das dumm ich glaub ich hab's geschafft ich glaub ich hab's gegettet neben die katastie erreicht easy schaff ich auch noch hä was war das denn für ne scheiße ich bin nicht gegen die kante geknallt ja alles klar flyhack ich bin nicht gegen die kante geknallt ja neben die katastie was willst du denn machen alter ich hab checkpoint einen sammler 10 sekunden noch easy kein ding überhaupt kein ding schaff ich noch kein zeitschluss kein zeitschluss das wärs nicht gewesen ich hätt's geschafft aber naja ich hasse nebelnick nebelnick wollte das halt nicht wolltest du es einfach nicht schaffen warte aber man kann auch riesen spielmodus als ob gg gg gg